Musik Jo Leute, willkommen zum dritten und letzten Teil von diesem Spiel Turboboy ist doppelt so hoch hinaus im Gewinnen Wie immer Nein, nicht wie immer Was sagst du jetzt? In Zombies habe ich öfters mal doppelt so viele Punkte wie du Nur weil du immer Strahlenkanone bekommst Ja, ich bin halt Glückskind Also eigentlich habe ich nie Glück, aber lassen wir es Du wolltest wieder meine Vorwärts, stimmt? Nein Egal Egal Ich habe dich schon getötet Oder? Ah nein, nein Ich liebe das Das ist eine meiner Lieblings-Killstrikes Er wartet wieder Wartet bis er anfängt zu schimmeln Ja, ich schimmel jetzt gleich durch Komme man Nein 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 Es war ein Tomahawk Du hast schnelles Ziehen oder? Ich habe immer schnelles Ziehen Ich habe immer schnelles Ziehen Das ist das wichtigste für euch bei mir Ich brauche immer schnelles Ziehen, sonst kann ich nicht gut spielen Waffe leer Ja Ich habe schnelles Ziehen eben nicht drin Ich habe nur Schnelles Ziehen drin Nein Ich habe nur Schnelles Ziehen drin Nein Seindlicher Blitzschrack Komm doch Saftchen Dann trifft er auch noch Logisch trifft Nein Es ist nicht logisch, dass du triffst Dumm Er wird einfach Er neift einfach Nein Es war erlaubt Ja, ich weiss Jetzt kommt er wieder mit rein Die habe ich schon etwa seitdem du mich drei viermal gekillt hast Ich weiss Sobald ich wieder an den Spawnpunkten bin, dann ist es wieder vorbei Oooo Was machst du da? Du bist schon durch Nein Nein AHHHHHHH Ich hab doch das Tumhock auf dich geworfen, mitten in dich rein. Das sieht man dann im Video, wir haben ein Videobeweis. Warte nicht zu lang, wenn ich gestunpt bin, dann solltest du anfangen reinzurennen. Weil ich das nicht sehe, nicht warten, dann ist das schon wieder okay. Jetzt muss ich flüchten. Ja, super. Nur, dass du den letzten Kill bekommst. Ja, ich will mal Last Kill gegen dich haben. Nicht, weil ich das schon 5000 Mal gehabt habe oder so. Nein, fick dich! Ja, ich habe dich! Ich bin da! Der erste! Er kommt einfach. Und er rennt einfach rum, äh, hinter dem, der Tribüne vorbei. Kommt wieder raus und quer durchs Feld. Das war zum Scheitern verurteilt, aber jetzt muss ich wieder eine andere Waffe machen. Das ist eine, das ist eine andere Geschichte. Pft! Pft! Das machst du gut! Ja, ich weiß nicht. Pft! Ja, ich weiß nicht. Erwartet! Das ist meine Gelegenheit! Du machst doch, bis ich wieder mit der RPG komme. Nein. Ich will nur meine Streets her. Er trieft einfach nicht. Ich wollte dich auch nicht treffen. Jaaaa! Wer... Also normalerweise treffe ich... Pra... Praktisch du 100%. Immer. Das gibt es nicht. Ich glaube, der Junge hackt. Außer wenn er mich davor killt. Bevor ich dich gezielt habe. Achtung! Feindliche Vorräte unterbinden! Nein! Keine Vorräte! Halt's Maul! Oh, Vorräte! Meine Vorräte! Kann man die mit einer RPG zerstören? Du kannst sie auch selber nehmen. Oder hast du das letzte Mal schon nicht erreicht? Komm einfach! Oh nein! Komm doch! Komm doch! Ja! Ich habe die ganze Zeit gekriegt! Ich habe genau gewusst, dass du dann raus rennst, wenn ich das schon eingegeben habe. Und... Ich glaube, diese Runde läuft wieder mal gut. Für ihn! Oh nein! Oh nein! Ich glaube ich auch nicht! Oh nein! Oh nein! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Das Böse! Ich muss überlegen, wo ich meinen Wildschlag hin verstreue. Ich habe wieder getroffen! Glücksfall! Aber genau durchs Fenster! Ja! Ich kenne die Map in und auswendig. Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Vor dem Video. Und ich habe eine Dragonfire. Ich mache jetzt einen Triple Nuke gegen Sargent. Er rennt einfach weg. Du hast keine Chance. Wunderschön, wenn man eine Dragonfire wieder einmal steuern kann. Die hatte ich schon lange nicht mehr. Hä? Von wo kommst du? Aus dem Haus. Da ja genau. Jetzt kommt er aus dem Haus. Ich bin im Haus. Ich werde die jagen. Hä? Das ist so lustig. Ich liebe es. Ich hasse dich. Wieso? Weil du unfair spielst. Ich spiele nicht unfair. Du spielst nur schon etwa ein Jahr oder so. Länger als ich. Wann hast du angefangen zu spielen? Im Januar. Ich habe im November angefangen. Gar nicht mal so viel. Und? Es ist länger. Und auf dem PC habe ich nach dir angefangen. Und? Wenn man es auf der Konsole kann, dann kann man es auf dem PC auch. Nein. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Glaubt ihm nicht. Er ist eine Hexe. Tastatur ist ganz anders. Ich habe einen Controller für den PC, aber mit dem spiele ich nicht. Weil ich so besser spielen kann. Nein! Dann wieder. So. Jolle. Also. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.